Hallo und willkommen zurück zu Minecraft Freestart mit der Julia. Hallo. So und wir sind direkt, na nicht direkt, aber gleich, bald, kurz, kurz nach dem Livestream sind wir jetzt hier und nehmen eine Folge, eine wunderschöne Folge auf. Ich glaube der Livestream ging knapp zwei Stunden kann das sein. Keine Ahnung, ich weiß nicht wie lange er geht. Ich habe jetzt auch einen beschlossenen neuen Mod, der fliegt hier rum. Hallo. Und im Livestream habe ich das da gemacht. Bäm. Also ich bin ja mega stolz auf mich, dass ich sowas schaffe. He he, ich habe den Quarry gemacht. Spur hat mir dann auch noch geholfen, weil Spur hat mir dann hier den, ähm, was hat sie gemacht? Genau, den, nee, was hat sie gemacht? Das hier. Den, das Transportrohr hat sie gemacht. Ja, weil du alles den Stein gemacht hast. Richtig, ich habe es ein bisschen verbockelt. So leicht. Das heißt, wir haben jetzt hier eine wunderschöne Quarry. Damit hoffe ich nicht, dass es so oft Farben zu gehen. Gleichzeitig bin ich glaube ich eine Stunde lang nur auf Farben gegangen. Zumindest hatte ich so das Gefühl. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Das Zweite ist, habe ich hier ein Dorf gefunden, da wollte ich jetzt mal hin. Mit der Jugendjahr. Julia ist auch noch kräftig dabei am Zucken. Hat nach zwei Stunden noch nicht die Schnauze voll. Wow. Nach zwei Stunden mit mir, muss man dazu sagen. Ja, das ist ja. Das kann auch anstrengend werden. Ich habe dir nichts erklären müssen, also. Das stimmt. Oh nein, hier war ich schon. Oh nein, hier warst du schon. Ach, das war mir irgendwie klar. Das war mir irgendwie klar. Okay. Ja, aber da kann noch was da sein, weil da bin ich von diesen Guards geschlüchtet, weil ich aus Versehen Dorfbewohner geschlagen habe. Hier gibt es eine Gartenschere. Ja, das ist für das Bienen, für den Bienen-Mod. Siehst du draußen die Bienenkörbe? Ah. Hm, okay. Ne, das ist jetzt nicht so meins. Das macht mich jetzt nicht so heiß. Oh, hier sieht der Rotten. Ja, dann lasst uns trotzdem noch. Vielleicht ist ja irgendwo noch was drin, was wir gebrauchen können. Na du, soll die da? Nein. Wie sind die überhaupt keine Dorfbewohner? Ah, da sind's. Oh nein, da ist ein Dorfbewohner in den Brunnen gefallen. Echt? Ja. Wow. Ich bin frei. Ultradalic. Ah, hier sind Bücher. Brauchen wir Bücher? Eigentlich schon, oder? Ähm, na ja. Das ist wirklich, heißt das. Okay. Habe ich verstanden. Was ist das? Redstone-Lappe. Finde ich cool. Sieht gut aus. Habe ich mir gleich mal gewusst. Was ist das hier? Ne, das ist das. Das macht mich jetzt nicht so ab. Hallo, was handelst du? Okay, äh, du bist doch zu teuer. Hört doch aber auf die ganze Zeit die Tür auf und tut's aber. Hallo, bitte. Okay. Was mit dir? Ha, du bist in Brunnen gefallen. He, he, he. Also hier im Dorf geht's wahrscheinlich nicht mehr viel, ne? Gehen wir hier noch ein. Ja, ja, es gibt grundsätzlich nicht so viel im Dorf. Das stimmt. Aber zumindest so ein bisschen jetzt ja was geben könnte. Gucken wir mal. Nö, nö, scheint nicht so. Dann gehen wir mal wieder zurück in die normale Welt. Aber vorher mag ich nochmal an meiner Query vorbei. Ho! Es tut mir leid. Aber ich spiele. Bam! Bin ich da grad dran vorbeigelaufen? Bin ich da grad dran vorbeigelaufen? Ja. Okay. Was ist das hier für Alter? Ein Garp. Nicht schlagen. Dann kommen die anderen. Echt? Ja. Okay. Dann lass es. Ich hab's auch überlegt. So kurz hat es überlegt. So, aber man könnte doch mal hier mal ein bisschen aufz... Okay, du tötest Kühe. Du hast auch Kühe getötet. Oh, Kupfer hab ich gemerkt. Brauchen wir. Ach, das ist Kupferkies. Ne, das brauchen wir nicht. Äh, das ist genau dasselbe. Oh, ich hab nur ne Hacke. Hihi. Wie immer halt. Die Hacke hast du auch nur, weil es dir wer gecraftet hat. Ja, richtig. Da hab ich mich aber auch schon bedankt. Ja, ich bin ja nicht so zackig. Ja, du solltest mal das andere auch craften. Was andere? Die Schaufel? Ja, Schaufel, ne Axt oder so. Das können wir ja mal machen. Aber da muss man erst jemand erklären, wie das geht. Na, es wird langsam, es wird. Und Spoo musste ich versprechen. Dafür, dass sie mir geholfen hat. Gesundheit. Entschuldigung. Oh, der geht mal um. Wie bitte? Dass du den Marmor nicht wegschmeißt. Hat's nicht Marvel gesagt? Ja, auf Deutsch Marmor. Ja, ich weiß. Schon, 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 schon klar. Ich, 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 ich. Ich bin ein verwirrtes Kerlchen. Ich bin damit noch nicht so einig geworden, dass ich es auf Deutsch umgestellt hab. Ich glaub, ich muss das wieder auf Englisch umstellen. So, dann geh ich mal zurück. Am Haus hab ich aber leider nicht viel weiter gebaut, aber ein bisschen was. Jetzt hab ich mal wieder eine dumme Frage. Aus dem Knochenmehl. Kann ich da die tropischen Bäume nicht verbessern? Ich hab was Besseres. Hä? Ich hab was Besseres. Was? Gehst du eigentlich hin, der Bike? Hab ich mir auch gerade überlegt. Geh mal zurück. Da brauchst du ne Schaufel. Ja, schmeiß. Du hast da rein. Ach, nicht rein, renn. Entschuldigung. Oh, so viel Goldkies. Ich glaub mir einfach alles. Schön dreist. Und das kann ich doch auch einfach so in den Ofen legen, oder was? Ähm, normalerweise schon. So, ich folge dir. Warte. Danke. Da in die Richtung. Hast du jetzt schon so ein Setzling? Ich hab schon so ein Setzling, ja. Willst du den wieder anpflanzen? Ja, ja. Ich hab den schon bei mir angepflanzt. Aber irgendwie wächst da nicht. Ja. Okay, dann gehen wir zu dir und dann gieße ich ihn. Ach, ist das... Den muss ich gießen, gell? Nein, den kannst du eh mit Knochenmehl. Aber es gibt hier eine Gießkanne. Ah, okay. Mit dir kann man... Man wächst schneller. Und ein bisschen am Haus. Hab ich weitergebracht, aber nur ein bisschen. Und was ich jetzt auch habe, ist hier, Achtung, ein Regierungsschmelzer, die brauche ich, und ein Infusion-Maschine. Und wie gesagt, ein bisschen am Haus. Aber nur ein bisschen. Wo hast du den Setzling? Ja, hier, hier, hier. Ab da. Da. Ja, mein damit ist nicht. Nee. Ja, eigentlich wollte ich vier Setzlinge da aus dem großen Raum machen. Siehst du ihn schon? Ich glaube, der steht da einfach nur bescheuert. Warte. Nein. Doch. Okay. Ich warte. Da ist ein Endement, kill ihn. Ja, ihr seid ja. Ah, südlich. Das ist ja bestimmt noch nicht, wo ich rieche. Ich schimp' mein Haus-Tolkchen. Ich schaue es ja nicht, weil hin. Oh, da ist er! Hallo! Da ist er! Hallo! Da ist mein erster Druckboltsbaum. Brauche ich nämlich, weil hier besteht alles aus Druckbolts. Hm. Ich brauche doch unbedingt, weil wie das sagt. Eindeutig. Aber gut, so ist das. Was haben wir noch gemacht? Ähm. Was haben wir doch gemacht? Spinnen getötet natürlich auch. Gerade wenn er erst die Spinnen getötet. Genau, hier. Autsch! Wo schießt er, Adda? Oh, da ist ein Creeper. Er ist aber fuchsiert auf dich. Entschuldigung. Oh, noch ein Creeper. Oh! Oh! Das sind halt eben Schrein geschlagen. Ich weiß. Alter! Genau, hier. Den haben wir gebaut. Den brauchen wir zum Beispiel, wenn wir die Windräder bauen wollen. Das ist gleich, wir können hier ein paar Eisen reinlegen. Genau, das brauchen wir. Ja, das passt soweit. Wir brauchen nachher Windräder. Dann mache ich hier den Generator weg. Und mache alles mit Windrädern. Und die, ja, Regierung schmelze. Das nächste Mal gehe ich zur Julia dann. Und, ähm, werden wir gucken, weil die Julia hat, glaube ich, du hast eine Verdopplungsmaschine, richtig? Verdreifachungsmaschine. Hm, Verdreifachungsmaschine. Das ist jetzt einfach zu sagen, ja, hab ich. Aber jetzt mittlerweile eine Dreifach. Verdreifachungsmaschine, die steht da unten im Keller. Ja, ich weiß, da, hier. Da. Ja, hab ich auch. Aber ich habe diese Verdreifachung. Ja, die Verdreifachung, die will ich haben. Ja. Und deswegen muss ich mir das nächste Mal bei Julia angucken. Du hast da noch ein Portal zu mir. Stimmt, ich kann jetzt gleich rüber zu dir. Ja. Hui. Das heißt, ich brauche die komplette untere Reihe, gell? Ja. Ja, okay, ich schreibe mir das mal auf. Das ist einmal... Aber auch unter dem Teil, das Ding brauchst du. Ja, toll, das sehe ich nicht. Doch. Das hier. Die Pumpe. Ja, wie heißt die Pumpe? Pumpe. Pumpe. Nein. Ich schreibe auf eine Pumpe brauche ich. Pumpe. Dann brauche ich einmal elektrolytischer Separator. Alles klar. Okay, dann brauchen wir hier die Pumpe. Ich will das auch haben, das ist gut. Okay, was brauchen wir noch? Dann brauchen wir hier den Zerstörer. Zerstöre. Zerstöre. Ah, Zerstöre. Ups, Entschuldigung. Komm ich auf Zerstörer. Los, gehören. Anreischung, das kann man. Ich weiß jetzt nicht noch, was du da hinaus willst. Aber ich lasse das jetzt einfach mal so... Ähm, raufstehen. Das ist das von mir... Ja, so, auch sowas lässt mich sein. Ist das viel Arbeit? Naja, es geht. Also du hast die Teile eigentlich dann schnell gemacht, wenn du das einmal hast. Okay. Welchen eigentlich? Und das da oben brauche ich ja eigentlich nicht richtig Pulver Rising. Weiß ich nicht. Also die Legierungsschmelze, da hast du ja eh schon. Genau. Den Pulverizer kann man schon... Also da kannst du zum Beispiel, ähm, Sand. Was kommt da raus? Lithium, glaube ich. Äh, du hast ja noch Ding drin. Hm? Ja, ich hab da noch was drin von mir. Und die Kohle ist leer, siehst du? Ja. Naja, siehst du, siehst du, siehst du. Cool, dann gucken wir uns mal. Ja, erzähl mal. Und das andere, was da noch ist, äh, Färbemaschine ist, dass du da, dass du so, ähm, irgendwo da in der Wand, ich glaub das, nein. Hä? Wo ist das denn? Ähm, dass du so Lampen magst, so sagen, die versteckt sind. Ach du, Heilig. Ach du, ausmiumstaub brauche ich dafür, okay. Damit du so einen Stein machst. Ah, okay. Ah, okay. Ich bräuchte auch wahrscheinlich erst den Pulverizer, damit ich hier zum Beispiel den, der klinischen Separator überhaupt erstellen kann. Weil, für den brauche ich ja, wenn ich jetzt hier gucke, ähm, ausmiumstaub. Ähm, da kannst du da in der, mit der Mühlmaschine da auch machen. Mit der Maschine hier? Ja. Ah, okay. Sollst du ganz normalen Osnium backen da rein? Und dann drehen um. Aber Pulverizer ist doch viel effizienter, oder? Ja, aber ich glaub du brauchst du und so die, die, die Mühle überhaupt in diesen, ach so, ne, ne, Pulverizer hast du aber noch nicht, oder? Nein. Aber der fällt gar nicht so schwer zu sein. Und da musst du aber den, ähm, Maschinenrahmenbasis, äh, Basis machen. Genau, richtig, das sehe ich gerade. Imbar-Bappen brauch ich dafür, okay. Einen Maschinenrahmen, brauch ich das. Weißen-Bappen, wie ein anderes, ganz normales Glas. Das, das sollte ich hinkriegen, das soll ich hinkriegen. okay ich habe jetzt mal aufgeschrieben auch die mühle bekommen ist gerade mal kurz die mühle an und dann würde ich auch sagen beenden wir die folge das sollte einfach nur ein kleiner zusammenspielen die da hier okay da brauchst du netter quatsch war mir klar hoch steigen und ein holzzahnrad das eigentlich auch nicht so viel ja eh nicht dass sie einfach aber ich glaube der darmeldet mehr takt hat es doch nicht oder keine ahnung ich habe auf jeden Fall jedem ja das ist gut da darfst du bestimmt was stimmten ja ich habe doch was ich das hier zu sagen ich habe nichts dabei habe ich alles aber ich habe nichts aber ich nehme jetzt mal hier das aus mir ist hier noch 16 stück nur noch 60 und gibt das mal in meine verdoppelung und damit die das ist das los ich habe dir hier netter quatsch runter dann können kommen nämlich nicht runter ich bin zu dick hoch und die kristalle kritisch muss stolz wasserwerke richtig herr was spaß ist funktioniert weiß das könntest du auch unten schmelzen kommt bekommst du auch mehr raus auch nicht alles gleichzeitig unten rein was sonst kann sein dass die sachen verschmelzen das will ich nicht wenn sie kompatibel sind das heißt wir warten jetzt noch hier bis da alles fertig ist okay dann haue ich mal hier haue ich mal hier den gold kies rein oh shit was denn ich habe die den wachen vorne habe ich ach du weg das war verdammt knapp grad hoch das war dass er oben ausschalten können klocken habe ich schon wieder vergessen okay dann würde ich sagen was ist für diese folge wenn es euch gefallen hat sehen wir uns in der nächsten folge bis dahinter haut die rein tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020